Matthieu fragt, danke für deinen Tipp oder beziehungsweise sagt, danke für deinen Tipp mit den Diffalama Airdrops aber wie genau hilft einem das? Ob und wann gedroppt und wo und wie man investieren kann, ist leider schwierig herauszufinden also, ich hatte euch mal gezeigt ein kleiner Alpha-Leak wie man den jetzt einfach so schön in meiner Szene nennt ja hier, geile Gains, was ist auch immer geil, hier geht es nur noch ab es gibt eine Seite, die ich sehr sehr schätze wie gesagt, das Diffalama, wo man eben nicht nur sehen kann, wie viele Werte gelockt sind bei DeFi sondern auch mit einer neuen Rubrik, die Airdrops heißt. Hier sehen wir Projekte die eben auch mit dem Total Value Locked versehen sind und eben ja, Projekte die womöglich einen Airdrop machen könnten. Ein Airdrop, wie das zum Beispiel in der Vergangenheit bei Uniswap der Fall war alle, die sich vielleicht erinnern wer das Protokoll damals genutzt hatte aktiv, die zentrale Börse Uniswap hat einen Airdrop bekommen der war dann im Peak wirklich mehrere tausend Dollar wert, wenn man es wirklich ganz smart gemacht hat, aber auf jeden Fall ein absoluter Segen für jeden der die Plattform genutzt hat und das machen mittlerweile immer mehr Projekte, dass sie eben ihre Nutzer wie zum Beispiel auch DYDX mit einem Mega Airdrop, der sehr 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 viel Wert ist mittlerweile, ja ihre Nutzer belohnen dafür, dass das Protokoll genutzt wurde und die Tokens und die Verteilung der Tokens eben auch so ist, dass diejenigen, die auch einen Mehrwert geliefert haben, durch die Nutzung auch hier etwas von den Coins des Projekts von dem Governance Token oft in der Regel was abbekommen und dann eben auch im Protokoll mitentscheiden können. Lang ausgeholt, kurzer Sinn Terraswap ist jetzt hier zum Beispiel gerade mit den Total Value Locked einer der heißesten Kandidaten für einen noch ausstehenden Airdrop man weiß aber hier bei all dem nicht, was man machen muss um den Airdrop zu bekommen, wann der Airdrop kommt, ob überhaupt ein Airdrop kommt und ja, wie das Ganze dann abläuft meine Empfehlung immer folgt auf jeden Fall erstmal den ganzen Kanälen dieser Kryptowährung, also ihr müsst jetzt nicht hier alles abliken, sondern das was euch am meisten interessiert vielleicht, wo ihr vielleicht auch denkt, hey, das hätte ich vielleicht sowieso genutzt oder habe ich schon genutzt, folgt auf jeden Fall den Twitter-Kanälen oder Informationskanälen um hier immer up to date zu sein und dann seht ihr zum Beispiel hier Terraswap, Set Protocol, Stake Count oder eben Soland hier bei Soland habe ich zum Beispiel das Protokoll benutzt, ein Landing-Protokoll, ich habe also hier meine USDC verliehen, habe dafür ein bisschen Zinsen bekommen um einfach das Protokoll auszuprobieren ohne jetzt hier darauf zu spekulieren Airdrop zu bekommen, ist jetzt zufällig hier mit in der Liste drin, habe mich dann natürlich gefreut Terraswap werde ich das gleich aber auch tun, ich werde das Protokoll benutzen, ich werde eine Terra Wallet einrichten und dann eben das Protokoll einfach mal ausprobieren und ein Trade machen vielleicht für 100 Dollar, vielleicht für 200 Dollar aber denkt da dran, wir wissen die Hürden nicht und das ist ein großes Problem denn natürlich ist diese Liste für jeden einsehbar, jeder hat jetzt diese Liste und es wird sogar noch wilder, denn es gibt hier mittlerweile auch solche Bilder, die dann rumgehen wo man sogar noch gezielter Projekte sehen kann mit möglichen Possibilities very high, very high und so weiter, wir gucken hier gleich nochmal drauf damit ihr diese Protokolle auch im Blick habt was hier so alles nicht noch möglich ist wir wissen aber nicht, was euch das auch kosten wird denkt bitte auch immer daran, das sind ja auch dann spekulative Investitionen wenn ihr jetzt hier auf einmal mit einer Brücke auf irgendeine andere Blockchain geht euch dorthin bewegt, das Protokoll den Service nutzt, das kostet auch Gebühren und diese Gebühren solltet ihr auf jeden Fall im Kopf behalten dass ihr da nicht in euer Unglück rennt und irgendwie für jede Applikation 100 Dollar oder 200 Dollar ausgebt und euch dann enttäuscht seht, wenn dann doch kein Airdrop kommt, wir wissen also nicht kommt ein Airdrop oder nicht, es gibt Möglichkeiten und deswegen meine abschließende Empfehlung bevor ich euch gleich nochmal dieses Bild zeige nehmt die Airdrops mit Vorsicht auf, geht aber lieber auch auf die Sachen, die ihr sowieso vielleicht ausprobieren wollt, denn dann ist es auch keine Bestrafung wenn doch kein Airdrop kommt so habe ich zum Beispiel auch mal Exis benutzt, um es einfach auszuprobieren es kann sein, dass hier nur ein Airdrop kommt wir wissen es nicht, es kommt aber auf jeden Fall ein Token deswegen wird hier natürlich entsprechend spekuliert und hier gibt es nochmal eine Übersicht mit sogar möglichen Possibilities die jetzt hier irgendjemand auch reingeschrieben hat ähm Bord Ape Yacht Club ist zum Beispiel relativ klar, dass ein Token kommen wird und dass diejenigen, die es halten, natürlich einen bekommen ähm und eben auch verschiedene andere Protokolle, Paraswap wir haben hier unten Metamask, das hatte ich euch ja wirklich auch schon mal empfohlen, hier steht zwar Medium es ist auch mittlerweile klar, dass sie auch noch nicht genau wissen wie sie den Token ausschütten werden aber auch hier habe ich die Wallet genutzt ich habe den Swap Service genutzt, aber einfach um es auch auszuprobieren, das gleiche gilt für Layer 2 Arbitrum alle Brücken, die eigentlich gerade da draußen unterwegs sind, alle Bridges benutze ich, um es auszuprobieren und wenn doch ein Token mit irgendeinem Drop kommt, cool, freue ich mich bin ich happy, aber ich mache deswegen zum Beispiel auch keine hunderte Wallets auf, wie viele andere und das werden diese Protokolle eben auch versuchen zu verhindern, dass eben irgendjemand da mit hundert Dingern reingeht und da abgreift, deswegen werden diese Hürden, um diesen Airdrop zu bekommen vermutlich immer höher und gerade auch wenn es so öffentlich ist, deswegen mit Vorsicht genießen probiert was aus, was ihr probieren wollt aber nicht, um hier auf irgendwas zu spekulieren das ist meine Empfehlung zu den Airdrops Link findet ihr auf jeden Fall unten und dann probiert euch gerne aus . . . Untertitelung des ZDF, 2020